und seid damit wieder ganz ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen folge von anno 1602 mir lieben so wir haben jetzt die mission die piraten plage ich nehme jetzt die folge im anschluss auf und ja momentan sieht es ja nicht so rosig aus er beschissen würde ich sagen aber nichtsdestotrotz wir haben die nahrung gut im gericht bekommen sage ich mal so wir haben den tabak so ich guck mal jetzt dass wir noch ein schiff aufbauen und jetzt langsam uns um den kakao kümmern dass wir da auch vorankommen so jetzt mal gucken was haben waren vielleicht haben wir eigentlich ein anbohrmöglichkeiten interessieren die ressourcen dieser insel sind erkundet ja ja da haben wir tabak so wenigstens haben wir die nahrung erst mal im griff gekriegt die würze sieht nicht aus ja wir können jetzt sind noch mal ein paar farben wieder aufbauen ja ich weiß ich habe jetzt dann fehler gemacht hätten wir stehen lassen können aber die hätten die mir erstmals zu sehr bilanz gefressen darum jetzt ja aber wie gesagt jeder spielt anders jeder macht es anders ich habe mir gesagt dann kein plan ausgearbeitet und ja aber erst mal wie gesagt kümmern wir uns um die würze die würze sind erst mal essenziell für mich wichtiger hier dass wir die im griff haben das heißt wir bauen jetzt ein schiff auf dass wir die nochmal werkzeuge steine holz runter transportieren können und denn die gewürze im griff bekommen damit hätten wir schon ein bisschen mehr denn im griff nahrung sieht gut aus nahrung sieht sehr gut aus sehr schön das hat sich gelohnt gut 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 wenigstens mal ein bisschen plus eure flotte ist um ein stolzes schiff reicher so jetzt also wie gesagt ihr könnt ihr mir ruhig an kreide weil es mir gewesen dass die plantagen abgerissen habe die gewürzplantagen aber wie gesagt wir hätten zu viel bülanzi fressen und anders genauso habe ich mir entweder vorgestellt das war so nach und nach jetzt alles jetzt langsam aufbauen das heißt jetzt kommt hier wieder eine farm hin hier kommen wir fahren hin denn während wir den das den konto hier erweitern hatte mal hier liegen wir erst mal er leben wir erst mal haben wie sieht es hier aus sie doch mal ja nicht so schlecht aus bis jetzt in die lage wenigstens das volk jetzt nicht das ist schon mal sehr viel wert ein brand vernichtet eure häuser ja jetzt machen wir das war den tabak in köpfe gewürze in griff bringen dann nach kakao und versuche auch schon mal nebenbei die piraten ein bisschen zu ärgern komm mal her gut das schiff kommt an mit dem baumaterialien das ist sehr schön komm mal her lange mal gut sich gleich groß ja wohl ja ja gut ja ja aber in gute tattel die können gleich anfangen zu produzieren und jetzt die vorsäge Ankerlichten! Gebt Breitseite! Gebt Breitseite! Gebt Breitseite! Setzt die Vorsegel! Setzt neuen Kurs! So, wenn er jetzt zu streichen... So, wenn er jetzt zu streichen... Das war's für heute. Das ist neu in Kurs. 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 Volle Breitseite! Ankerlichten! Volle Breitseite! Ihr werdet von Piraten angegriffen! Freibeutel lauern euch auf! Aye, aye, Käpt'n! Freibeutel lauern euch auf! Es fehlt an Gewürzen! In die Wanden! Setz die Feuerkräfte! Aye, aye, Käpt'n! Ankerlichten! 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 So, ok. Okay, dann haben wir noch die Bekanue. Vorsäge! Ankerlichten! Ein Schiff wurde repariert. Es fehlt an Gewürzen. Sie sind dabei, sind dabei, sind dabei. Ankerlichten! Guck mal her. Ich glaube, das B-Kanonen kann er nur kriegen. Setz die Vorsäge! Guck mal her! Guck mal her! Ankerlichten! So, okay. Ankerlichten! Jetzt müssen wir langsam sehen, dass wir die Piraten vernichten. Kakao müssen wir auch langsam in den Griff kriegen. Schiffsreparatur beendet! Setzt die Vorsäge! Schiffsreparatur und Tricks werden da nur aus dem Weg wenn Sie die B-Kanonen schreien. Schiffsreparatur und Tricks! Oder Sie sind dabei! Puh! Schiffsreparatur und Tricks! Ich muss selber das X noch stehen. Ankerlichten! Ihr werdet von Piraten angegriffen! Nein! In die Wanten! Ankerlichten! Du Drecksau! Ankerlichten! Voller Breitseite! Voller Breitseite! Voller Breitseite! Ankerlichten! 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 ab und dann wird schön wenn ihr Leben Spielstand gespeichert